Eines Tages saß ich mit guten Freunden am Fluss und bekam eine Panikattacke. Das war mir noch nie zuvor passiert, also bin ich total ausgeflippt. Der Fluss floss sehr schnell. Einer meiner Freunde warf einen Stein drüber und da passierte es. Mein ganzer Körper fing einfach an zu zittern und die Sonne fühlte sich zu hell an und ich wollte einfach nur schreien. Nachdem ich mich beruhigt hatte, schnappte ich meine Tasche und ging zurück in meinen Schlafsaal. Es war mir so peinlich und ich musste einfach ein bisschen alleine sein. Seht ihr, alles was ich wollte war, mich anzupassen. Mein ganzes Leben lang war ich zwischen Pflegefamilien hin- und hergerissen worden und erst als ich das College erreichte, hatte ich endlich ein eigenes Zimmer. Der erste Tag war allerdings sehr schwer. Ich hatte niemanden. Ich schätze, man könnte sagen, dass ich ein Weise bin. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und dann sind meine Erinnerungen etwas verschwommen. Und es gab eine Art Unfall und dann erinnere ich mich nicht mehr an viel. Ich muss mir den Kopf schlimm angeschlagen haben, denn ich weiß nicht, was mit meinem Vater passierte. Der Mann, der mich nach dem Unfall gefunden und sich um mich gekümmert hatte, sagt, mein Vater sei bei dem Unfall gestorben. Ich war damals so jung, dass ich es nicht wirklich verstand. Das Einzige, was im Gedächtnis blieb, dass wir alle zusammen Spanisch sprachen und viel gelacht haben. Aber die erste Pflegefamilie, in der ich war, sagte, dass dies keine wirkliche Erinnerung sei und dass mein Name Sarah ist und ich eindeutig eine englischsprachige Amerikanerin bin. Nun, jetzt war ich auf dem College und studierte Spanisch als Hauptfach. Und mein Professor sagte, ich sei die beste Studentin, die er je hatte. Eines Tages kam er zu mir und sagte, es gibt ein Sommerprogramm in Mexiko. Dort kann ich in die Kultur eintauchen. Ich sagte ihm, dass ich leider kein Geld habe, aber er sagte, er kann ein Stipendium für mich arrangieren. Wow! Und ich wollte definitiv nicht zurück in die Pflegefamilie. Aber ich hoffte, dass die Panikattacken vorher aufhörten. Seit diesem Tag am Fluss wurden sie immer schlimmer und schlimmer. Es war der blanke Horror. Ich war ins Schwimmbad gegangen, um meinem Freund bei einem Schwimmwettbewerb zuzusehen. Und ein Mann war ausgerutscht und in das Schwimmbad gefallen. Und ich schaute einfach entsetzt zu. Ich konnte kaum atmen. Und ich glaube, ich geriet mehr in Panik als der Typ. Mein Freund sagte mir, ich müsse mich ernsthaft mal entspannen. Und als ich ihm von meinem Mexiko-Programm erzählte, sagte er, ich soll es machen. Ich dachte, er wäre traurig, dass ich den Sommer über weg sein würde. Aber er sagte, er würde mich gegen Ende besuchen kommen und wir können zusammen herumreisen. Ein paar Tage vor meiner Abreise wurde ich nervös. Ich war noch nie irgendwo alleine. Es gab aber noch ein anderes Mädchen, Alana, die mit mir ging. Und sie würde bei einer anderen Gastfamilie wohnen. Als wir dort ankamen, holte uns der Programmdirektor ab und fuhr uns in unser neues Sommerhaus. Wir setzten Alana zuerst ab und ich war sehr froh, dass das nicht mein Haus war. Es sah so aus, als ob ihre Gastfamilie sehr arm war. Das Haus war so winzig. Ich hatte schon Fotos gesehen, wo ich wohnen würde und das war auf jeden Fall schöner. Sogar besser als einige der Pflegeheime, in denen ich gewesen war. Meine Gasteltern warteten draußen auf mich und als sie mich sahen, kamen sie angerannt und fingen an, mich zu umarmen. Es war seltsam für mich. Ich war Zuneigung nicht gewöhnt. Sie führten mich herum und ich war irgendwie enttäuscht, dass sie nur mich hatten. Ich hatte auf eine Gastschwester oder einen Gastbruder gehofft. Alana hatte wenigstens einen Gastbruder. Sie hatte mir eine SMS geschrieben, in der sie sagte, dass er voll heiß ist und es keine Rolle spielt, dass sie arm sind. Sie sagte, wir können uns alle nach dem Unterricht zusammen treffen. Beim Abendessen am ersten Abend sahen mich meine Gasteltern immer wieder an und sagten, ich sehe aus, als gehöre ich hierher. Sie fragten mich, ob ich mich zu Hause fühle und wisst ihr was? Ich fühle mich tatsächlich wie zu Hause. Das Einzige, was mich störte, war das Rauschen des Flusses in der Nähe. Es war so laut, dass ich anfing, mich ziemlich unruhig zu fühlen. Aber ich war so müde, dass ich dann schlafen musste. Kurz nachdem ich zu Bett gegangen war, hörte ich Stimmen. Es muss der Freund meines Gastvaters gewesen sein. Er klang betrunken und ich konnte hören, wie er sich stundenlang mit meinem Gastvater unterhielt. Irgendwann in der Nacht hörte ich, wie sich meine Tür öffnet. Ich wachte auf und bemerkte, dass der Betrunkene dort stand. Ich setzte mich aufrecht hin und fragte, was er will. Dann ging er hinaus und sagte, er suche nur die Toilette. Danach konnte ich nicht mehr schlafen. Ich war so erschrocken. Am nächsten Tag war unser erster Unterrichtstag und Alana kam mit einem breiten Grinsen im Gesicht herein. Sie zwinkerte mir zu und sagte, dass sie und ihr Gastbruder sich letzte Nacht nahe gekommen sind. Ich konnte es nicht glauben. Ihre Reise war viel aufregender als meine. Und in einem Monat würde ich erst Besuch bekommen. Nach einem ganzen Tag Unterricht war ich erschöpft. Aber Alanas Gastbruder Pedro wartete draußen, um mit uns in die Stadt zu gehen. Ich stellte mich vor und er hörte nicht auf, mich anzustarren. Ich konnte sehen, dass Alana sich unwohl fühlte. Sie schlug ihn sogar auf den Arm und sagte, warum er nicht einfach ein Foto macht, das hält dann länger. Und dann lachte er und sagte, Entschuldigung, sie kommt mir nur so bekannt vor. Es war ziemlich seltsam. Er starrte mich den ganzen Nachmittag an. Schließlich sagte Alana, sie fühlte sich krank und bat nach Hause zu gehen und Pedro setzte sie ab. Dann sagte er, er würde mich auch nach Hause fahren, weil es zu heiß zum Laufen ist. Alana war darüber natürlich nicht glücklich und warf mir böse Blicke zu. Ich musste ihn bitten, seine Augen auf die Straße zu richten, da er mich ständig anstarrte. Hör zu, Pedro. Ich habe einen Freund. Ich bin nicht Single, okay? Und er lachte und sagte, er fühlt sich nicht zu mir hingezogen. Ich sehe nur aus wie jemand, mit dem er früher zur Schule ging. Dann fragte er nach meiner Familie und ich sagte, es gebe nur mich. Und er sah verwirrt aus. Was meinst du mit nur dich? Fragte er. Und ich erklärte ihm, dass ich mein Leben in einer Pflegefamilie verbracht habe. Dann umarmte er mich und sagte, wir sind jetzt deine Familie. Wow, diese Mexikaner waren voll dabei. Ich habe die gerade erst kennengelernt. Am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Und ich dachte, vielleicht können Alana und ich etwas Lustiges machen, um zu feiern. Aber dann kam Alana mit ihrem Koffer in die Klasse. Ich entschuldigte mich für den Tag zuvor und dachte, sie würde abreisen, weil sie dachte, Pedro mochte mich. Aber es stellte sich heraus, dass es viel schlimmer war. Ihre Mutter war krank und sie musste zurück. Ich konnte es nicht glauben. Wir waren doch erst seit kurzem hier. Ich war noch nicht bereit, alleine zu sein. Nachdem der Unterricht zu Ende war, brachte Pedro Alana zum Flughafen. Und Alana drehte sich zu mir um und sagte, vergiss nicht, du hast einen Freund, Sarah. Dann ging sie weg, ohne sich zu verabschieden. Unglaublich. Ich hatte gehofft, dass ihre Mutter wenigstens in Ordnung wäre. Ich ging nach Hause und meine Gasteltern warteten mit einem großen Kuchen und Luftballons auf mich. Und ich war so glücklich, sie zu sehen. Ich nahm an, dass wir nur zu dritt feiern würden. Aber dann tauchte der gruselige, betrunkene Mann vom Vortag auf und sah so mürrisch aus. Toll. Nicht das, was ich mir zum Geburtstag gewünscht hatte. Als meine Gasteltern anfingen, Happy Birthday zu singen, ging er raus. Er war so unhöflich. Mein Gastvater entschuldigte sich nur für ihn und zuckte die Schultern. Er sagte, es sei ein schwieriger Tag für seinen Freund. Den Rest des Abends blieb er einfach draußen, rauchte und schaute auf den Fluss. Es war so seltsam. Ich bot ihm ein Stück Kuchen an und er sagt nur, lass mich in Ruhe. Als ich wieder reinkam, fragte ich meine Gasteltern, was sein Problem ist. Und dann sagten sie mir, dass seine Tochter vor Jahren hier gestorben ist. Und davon hat er sich nie richtig erholt. Ich wusste, dass es hart gewesen sein muss, weil meine ganze Familie sogar verloren ging. Warum das alles ausgerechnet heute? Es war für mich auch nicht leicht, denn an meinem Geburtstag ist meine Mutter gestorben. Danach wollte ich einfach nur allein sein, also ging ich ins Bett und rief meine Freunde an. Kurze Zeit später hörte ich jemanden singen und bekam Gänsehaut. Ich kannte das Lied. Es war eines meiner spanischen Lieblingslieder und ich merkte, dass es von draußen kam. Ich schaute aus meinem Fenster und konnte es nicht glauben. Es war der Brummbär, der sang. Es tat mir irgendwie leid, wie ich mich bei meinen Freunden über ihn beschwert hatte. Also ging ich nach unten und sagte ihm, dass mir das Lied gefällt und er eine schöne Stimme hat. Er war offensichtlich wieder betrunken, weil er mich nur so komisch ansah. Ich dachte, er würde wenigstens Danke sagen, aber ich bemerkte, dass er geweint hatte. Und dann ging er einfach weg. Ich beschloss ihm zu folgen. Ich hatte Angst, er könnte in den Fluss fallen oder so. Hey, lass mich mit dir gehen, rief ich ihm nach. Dann holte ich ihn ein und packte seinen Arm, kurz bevor er stolperte und fiel. Dieser Mann hatte etwas, das mich neugierig machte. Besonders wegen dieses Liedes. Ich hatte es seit Jahren nicht mehr gehört. Ich wollte, dass er sich besser fühlt. Also sagte ich ihm, dass heute auch für mich nicht der beste Tag war. Wir hatten beide Menschen verloren, die wir geliebt haben. Wir erreichten den Fluss und er hatte immer noch nicht mit mir gesprochen. Er erkannte nicht einmal, was ich gesagt hatte. Er setzte sich einfach hin und zündete sich eine Zigarette an und begann zu weinen. Er sagte, dass seine Tochter heute 19 Jahre alt geworden wäre und dass das alles seine Schuld sei. Ich fragte ihn, was er meinte und er sagte, er sei der Grund für den Tod gewesen. Und dann sagte er mir, dass sein Sohn ihn auch verlassen hat. Er musste in eine andere Stadt ziehen, weil er seinen mürrischen Vater nicht ertragen konnte. Ich meine, ich kann es ja verstehen, aber trotzdem tut er mir leid. Plötzlich stand er einfach auf und ging weg und ich beschloss, ein wenig am Fluss sitzen zu bleiben. Es war schon sehr spät, aber aus irgendeinem Grund spielten auf der anderen Seite des Flusses immer noch einige Kinder. Wie aus dem Nichts spürte ich wieder dieses enge Gefühl in meiner Brust. Warum geschah das? Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich nicht atmen konnte. Also legte ich mich hin und versuchte tief einzuatmen und dann traf es mich. Eine weitere Panikattacke. Ich muss ohnmächtig geworden sein, denn im nächsten Moment wachte ich in einer Art Krankenhausbett auf und meine Gasteltern waren da und hielten meine Hände. Der Arzt kam rein und sagte, ich werde wieder gesund und dass ich vielleicht nur gestürzt sei, mir den Kopf gestößen hätte. Aber ich wusste, dass es nicht das war. Ich wusste nur nicht, wie ich ihm sagen soll, dass Wasser mich unruhig machte. Zu diesem Zeitpunkt muss es etwa zwei Uhr morgens gewesen sein und ich sagte meinen Gasteltern, sie sollen nach Hause gehen und etwas schlafen. Aber sie sagten, dass sie auf keinen Fall von meiner Seite weichen würden. Plötzlich fragte ich, wer mich gefunden hat und sie sagten Manuel. Wer ist Manuel? Und sie lachten und sagten, unser alter mürrischer Freund, hat er dir nicht gesagt, wie er heißt? Oh Mann, ich hatte mir nicht einmal die Mühe gemacht, nach seinem Namen zu fragen. Ich konnte nicht glauben, dass er mich auf diese Weise gerettet hatte. Wo ist er? Fragte ich. Und sie sagten, er habe einen Schock erlitten und sei nach Hause gegangen. Er hasste Krankenhäuser. Zu viele schlechte Erinnerungen. Als ich später am Morgen aus dem Krankenhaus kam, ging ich nach Hause, um mich bei meinen Gasteltern auszuruhen. Und Manuel war dort. Er trug einige Blumen bei sich und entschuldigte sich dafür, dass er mich so schlecht behandelt hatte. Ich sagte ihm, es sei in Ordnung und dankte ihm, dass er mich gerettet hatte. Und dann fragte er mich, ob ich Fotos von seinem kleinen Mädchen sehen wollte. Noch bevor ich antworten konnte, zog er ein altes Album heraus und begann mir Babyfotos zu zeigen. Und dann fühlte es sich an, als hätte ich gleich die nächste Panikattacke. Aber diesmal nicht, weil ich ängstlich war. Das kleine Mädchen auf den Fotos war ich. Ich konnte nicht mehr atmen und hörte Manuel nach meinen Gasteltern rufen, dass es wieder passieren würde. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Es kam alles zu mir zurück. An diesem Tag am Fluss. Wir waren so arm gewesen und die Brücke über den Fluss war zerstört worden. Papa kümmerte sich so sehr darum, uns pünktlich zur Schule zu bringen, dass er uns in diese großen Plastiktüten steckte, damit wir nicht nass wurden und uns über den Fluss trug. Aber dann, eines Tages, war die Strömung sehr stark gewesen und ich war aus Papas Arm gerissen worden. Das bin ich. Irgendwie schaffte ich es, durch meine Tränen zu sagen, das bin ich. Und dann sah ich Manuel an und ich sah ihn an und es war mein Vater. Ich wusste es. Und dann fing ich an, das Lied zu singen, das er an dem Tag zuvor gesungen hatte. Das Lied, das er immer für mich und meinen Bruder sang, wenn wir nachts nicht einschlafen konnten. Die ganze Zeit hat Manuel mich nur angestarrt und meine Gasteltern haben auch geweint. Und ich habe noch nie einen erwachsenen Mann so sehr weinen sehen. Er kam zu mir herüber und fing an, sich an mich zu klammern und sagte, Du bist es wirklich nicht, wahr? Ich wollte glauben, dass du noch am Leben bist, aber das ist ein Wunder. Ich kann es nicht glauben. Das war der verrückteste Tag meines Lebens. Ich kam nach Mexiko, um an meinem Spanisch zu arbeiten und jetzt wurde ich mit meinem Vater wieder vereint, von dem ich dachte, er sei gestorben. Wir fuhren ins Krankenhaus, um einen DNA-Test zu machen und die Polizei war auch da. Und das Ergebnis war der Beweis, dass Manuel mein Vater war. Wir sprangen weinend und lachend umher und ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich zu Hause. Die Polizei erstattete Anzeige und sagte, dass es vor 14 Jahren einige Fälle von Entführung gegeben hat. Ich war offensichtlich eins dieser unglücklichen Kinder. Wahrscheinlich hatte mich jemand am Fluss angespült gefunden und beschlossen, sein Glück zu versuchen. Am Ende entschied ich mich, in Mexiko zu bleiben. Mein Studium konnte warten, aber mein Vater konnte es nicht. Wir hatten so viele Jahre aufzuholen. Ich dachte, ich wäre ein Waisenkind, aber in Wirklichkeit hatte ich die ganze Zeit einen Vater und auch einen Bruder. Tatsächlich wurde die ganze Stadt wie eine Familie für mich und jeder feierte die Tatsache, dass ich lebe und es mir gut ging. Die Polizei versucht immer noch herauszufinden, was vor all den Jahren passiert ist und ich hoffe, die Person wird geschnappt. Aber im Moment möchte ich einfach jeden Moment genießen, den ich zu Hause bin. Ich habe herausgefunden, dass mein richtiger Name Maria ist. Also habe ich Sarah gehen lassen. Und mein Vater gibt mir die Nummer meines Bruders. Ich muss euch sagen, das war ein emotionaler Anruf. Er fliegt bald nach Hause und ich kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Oh, und Pedro war tatsächlich auf meiner alten Schule. Deshalb hat er mich so angestarrt. Leider hat mein Freund mit mir Schluss gemacht, als er herausfand, dass ich nicht zurückkomme. Aber hey, Pedro ist Single.